Es ist besonders schön für mich hier zu sein, weil meine Karriere als Selbstständiger hat tatsächlich im Büro Zürich angefangen vor rund sechs, sieben Jahren. Ich habe also da ein Jahr lang gewohnt als Digital Nomad und bin mittlerweile selbstständig mit verschiedenen Kunden und darum ist es wirklich sehr schön, hier zu sein. Wir werden miteinander drei Viertelstunde Vortrag machen, dann haben wir genug Zeit für Q&As. Wenn ihr dringende Fragen habt, stellt die sofort, aber bitte nicht endlos pitchen, kommen zum Punkt, stellt eure Fragen. Alles Respekt vor den anderen im Publikum. Ich bin froh, dass Will Smith heute nicht im Publikum ist und das kann ich schon sagen. Also bittet uns nicht nachmachen, sondern ihr werdet nachdem, als der Vortrag fertig ist, heute am Nachmittag von Claudine selbstverständlich die Präsentation als PDF bekommen mit einem schönen Feedback-Formular, wo wir uns natürlich selbstverständlich freuen würden, wenn ihr uns ein wenig Feedback geben würdet. Ich arbeite seit über 15 Jahren in der kreativen Markenkommunikation. Ich habe bei sehr vielen Werbeagenturen gearbeitet. Meine grösste Erfahrung habe ich während vier Jahren bei Apple in London und in Kalifornien gemacht. Ich habe einen globalen Marketing-Team gemacht als Senior Creative und habe dort vier Generationen vom iPhone unter anderem das Apple Watch eingeführt. Ich habe sehr viele Filme gemacht, also globale Kampagnen. Also ich bin wirklich ein professioneller Kreativer. Und das ist ganz wichtig für das, über was wir heute reden. Ihr reden heute im Kontext einer professionellen Herangehensweise. Da geht es nicht um Instagram, einfach etwas zu machen. Wir sind heute hier, weil wir alle ein Geschäft haben, weil wir es professionell machen müssen. Wir sind im Jahr 2022. Instagram gehört dazu, die sozialen Medien gehören dazu. Wer die neuesten Zahlen nicht gesehen hat, nach der Pandemie sind die Nutzerzahlen von Social Media auf 4 Milliarden angestiegen. Also ich würde es wirklich jetzt machen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Aber das machen ihr ja sowieso alle schon. Wir sind sowieso schon alle fortgeschritten. Eigentlich bräuchte es mir gar nicht. Aber ich habe doch das Vergnügen, vielleicht noch heute etwas zu inspirieren. Und um das geht es heute. Es geht um Storytelling. Ich bin nicht da, um euch zu erzählen, wie man einen Post macht. Wie es real geht und wie viel ihr mir postet. Das könnt ihr mich alles fragen. Aber da geht es um die Grundessenz. Was macht ihr eigentlich? Alles andere könnt ihr lernen. Aber was ist eure Strategie? Was ist euer Konzept? Was ist eure Story? Genauso wie wenn ihr einen Film schaut. Einer meiner Lieblingssätze ist, Du verliebst dich niemals in eine Story, aber immer in den Charakter. Denkt an das, wenn ihr das nächste Mal einen Film schaut. Findet ihr das Story gut? Oder findet ihr einfach nur, der Charakter sieht gut aus? Oder könnt ihr euch relativieren mit dem? So einfach funktioniert es manchmal. Und so ist es auch ein bisschen bei Instagram. Ich habe nebenan ein kleines Hobby, das sich zum Nebenjob gemausert hat. Ich habe vor 10 Jahren angefangen, über Champagner zu bloggen. Eigentlich rein wirklich als Hobby. Und für mich selber, als ich in London gelebt habe, bin ich in all die Weintastings gegangen. Und weil ich das eigentlich noch cool gefunden habe, dass es überall gratis Champagner gibt, habe ich einfach darüber verschrieben, wirklich für mich selber. Auf einer App, die damals neu war. Die heisst Vivino. Vielleicht kennt das jemand von euch. Das ist eine sehr bekannte Vi-App. Ich war bei dir 5 Jahre lang der grösste Champagner-Blogger der Welt. Ich kannte dort 12'000 Follower und habe eine aktive Community unterhalten. Also ich weiss auch, was das wirklich heisst, eine Community zu bewirtschaften und zu füttern. Und die schlechte Nachricht vorweg, es ist Arbeit. Es ist richtig viel Arbeit. Und ich sage es gerade voraus, die besten Ideen, die besten Intentionen, die besten Absichten, die grössten Visionen können total zerstört werden durch einen schlechten Workflow, schlampigen Workflow, schlecht organisiert, nicht mobile, keine Cloud-Datenbank, kein fixes Format. Und an das sind wir heute hier. Was ist ein roter Faden? Was ist eine Story? Was ist ein Format? Was ist der Tunnel, wo wir alle miteinander durchlaufen? Und das ist auch einer meiner Lieblingssätze, ist Think Inside The Box. Und zwar nicht Outside The Box. Sondern es geht darum, die Box für euch zu definieren. Egal, ob ihr ein Unternehmen habt, ob ihr ein privater Blogger seid, ob ihr einen Club habt. Es geht darum, die Box zu definieren. Was ist eure Positionierung als Geschäft? Was ist eure Story? Was ist euer Format? Was ist euer Look and Feel? Was ist das Thema, für das ihr steht? Um das geht es. Ich schätze mich glücklich, für sehr viele qualitative Kunden dürfen zu arbeiten, in der Schweiz und auch international. Und auch dort ist der Augenmerk auf Qualität bei mir. Ich weiss nicht, vielleicht habt ihr die Kampagne mal gesehen. Die hängt heute noch voraus am Bahnhof, fotografiert mit einem iPhone. Ich war Teil einer weltweiten Mannschaft, die die 2014 entwickelt hat. Und die auch die Grundlage gebildet hat vom Instagram-Profil von Apple. Wir haben ein Hashtag ins Leben gerufen, der heisst «Shot an iPhone». Und das wurde dann zu einer weltweiten Kampagne, in der wir Fotos aus dem iPhone gross geprojiziert und als Plakat veröffentlicht haben. Und die Welt in eine Galerie verwandelt haben. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich auf Instagram folgt. Dort dürfen wir auch jederzeit schreiben. «At Champagne Spy». Schreiben, wenn ihr Champagner nicht gerne habt. Einfach fragen, ob ich Prosecco beantworte nicht. Das habe ich gerade mal gesagt. Es ist einfach ein Unterschied. Und das gehört auch ein wenig zu meiner Positionierung. Es geht um Haltung. Haltung zu zeigen, wenn ihr euch positionieren, als Marken, als Mensch, als Leader, als Storyteller eine Haltung zu haben. Meine Haltung ist, ich blogge nur über Champagner und es ist mittlerweile zu einem Running-Gag geworden, dass ich schlechte Witze über Prosecco machen. Suche doch eine Haltung. Wenn ihr für nichts steht, könnt ihr für irgendetwas stehen. Das wollt ihr nicht. 3 Hauptpunkte. Bevor wir dann durch die 10 grossen Punkte und 20 Profile durchgehen. Es wird viel sein. Hört zu. Wenn ihr Fragen habt, behaltet die. Wir kommen dazu. Allerwichtigste. Erstens. Digital Marketing Funnel. Das ist ein Trichter. Wer für euch schafft den digitalen Marketing? Dann kennt ihr das aus dem FF. Das oberste ist Awareness. Kennt man euch? Consideration. Wenn ihr euch kennt, vielleicht gedenken wir mal, etwas für euch zu kaufen. Ah, Büro Zürich, habe ich schon mal gehört. Hat mir jemanden erzählt, es könnte noch cool sein. Dann finde ich gut. Ich habe das Büro gebucht bei Büro Zürich oder mein nächster Company Workshop im Freiraum. Gut, und dann die Kundenpflege Retention kommt am Schluss. Die Kundenpflege, dass sie wiederkommen. Der grösste Fehler, was die meisten machen auf Instagram ist, sie gehen gerade hierher. Gerade verkaufen. Gerade abdrücken. Gerade sagen, hey, das habe ich, das kaufe ich, gehe zu dieser Webseite, dort gibt es Prozent, dort ist etwas zu gut. Das funktioniert nicht so. Es geht wirklich in dieser Schiene. Kennt man die? Wollen wir die näher kennenlernen? Buchen wir mal etwas von dir? Und Kontakt pflegen. Und die besten Strategien sind eigentlich immer die, die hier anfangen. Weil es ist das einfachste Mittel zum Community bauen. Das wissen dir Digital Marketing Pros sicher, oder? Die bestehenden Kunden, siehst du mal schauen, wie kannst du kommunizieren? Wie kommen die wieder? Wer ist Returning Customers? Und das ist wirklich, also behaltet das, es geht wirklich zuerst um das, die grösste Fehler, die viele Firmen machen. Ja, immer gerne auf Instagram zum neue Kunden generieren. Kannst du schon machen, aber es geht eine Weile. Ein paar Grundlagen. Generell Marketing, für die Leute, die nicht im Marketing arbeiten oder die Markenaufbau oder Markenkultivierung fremd ist. Es ist immer etwas das Gleiche und das ist wirklich wichtig. Ihr müsst euch und euch das Geschäft immer im Bewusstsein von einer Marke anschauen. Im Jahr 2022 ist eine sehr spannende Entwicklung passiert. Und zwar, Marken wollen immer wie menschlicher werden und Menschen werden zum gleichen Zeitpunkt zu Marken. und das ist extrem spannend und das wird von vielen immer noch ignoriert. Vielleicht habt ihr es auch schon mal gehört, es reden heutzutage viele von, bist authentisch. Du authentisch kommunizieren im Marketing. Das stimmt, aber immer im Kontext von eurer Positionierung, von eurem Geschäft, von eurem Geschäftsmodell, von eurer Marketingstrategie. Und das ist extrem wichtig. Aber bitte, habt den Mut, authentischer zu sein. Redet wie Menschen, redet nicht wie Roboter. Was ist eure Positionierung? Was differenziert euch von der Konkurrenz? Vor was stehen ihr? Ganz, ganz wichtig. Wenn ihr das nicht wisst, dann könnt ihr einfach mal ein bisschen überposten. Machen wir irgendetwas. Was ist das Geschäftsmodell? Kommt Geld rein? Wo mache ich Geld? Wie leite ich meine Leute, meine Zielegruppe? Und vor allem auf welchem Verkaufskanal mache ich Geld? Gehen die Leute direkt auf Google? Ist es auf der Webseite? Haben ihr noch eine Newsletter? Wo passiert die Buchung? Shopping of Instagram? It's the next big thing in 6 years. Wir warten alle darauf, that it's happening, but it's not. Sorry, es tut mir leid, das zu sagen. Es ist einfach so, wir sind nicht in China, wo wir WeChat haben, wo wir alles auf einer App machen. Wir hätten das gerne. Aber es gibt immer noch Social und Search. Es gibt Google und es gibt Social Media. Und die zwei ergänzen sich wahnsinnig gut. Und wenn ihr das begriffen habt, dann sehen, wie das funktioniert. Und wieder eure Kunden, eure Stammkunden, eure Follower migrieren zwischen den Plattformen. Vielleicht auch E-Mail-Adressen generieren in einem Newsletter. Unbedingt! Unbedingt! Aber da, da passiert Kundenpflege. Da passiert Storytelling. Da passiert das Kennenlernen. Da geht es um die Consideration. Wo wir wirklich sagen, ah, das sieht noch gut aus. Vielleicht sollte ich das mal kaufen. Vielleicht sollte ich das mal hergehen. Zielgruppe. Die grösste Fehler, die alle machen. Was ist eure Zielgruppe? Und bitte sagen, nicht 20 bis 60. 20 bis 60 haben nur Spielzeuge und Apple. Und sonst gar niemand. Sagen ihr, er ist 30, zwischen 30 und 35, er wohnt in Konufingen, er fährt ein Seabike, hat zwei Kinder, hasst Apfel, hat aber gerne Rösti. Die Leute ganz genau definieren. Schlimmste Fehler von allen Marketingabteilungen. Du redest ganz anders mit einem 20-Jährigen als mit einem 40-Jährigen. Punkt. Endet die Diskussion. Und das müsst ihr checken. Ihr müsst wissen, wer ihr überhaupt ist. Und dir ist ganz wichtig, vor allem auf Instagram, wenn ihr eine genaue Strategie ausrollt, nicht einschissen auf eine, sondern definiert 1, 2, 3 Zielgruppen, damit ihr dann herausfinden, was bei wem gut funktioniert. Das ist mega wichtig. Ja, zum Beispiel, als ich angefangen über Champagner zu bloggen, habe ich eine perfekte Person entworfen, so mit 30 erfolgreichen Geschäftsmann, hat zwei Kinder, sehr sozial, sehr extrovertiert, die wie als Kommunikationsmittel zum Networkern noch benutzt auf seiner Leiter in der Karriere. Und habe meine ganze Strategie auf das eingetue und habe einfach nebenbei gesagt, diese Frauen, so, ja, Ende 30, Anfangs 30, schon ein wenig Geld, guter Geschmack, die Frauen beraten. Gott, was I wrong. Das war so falsch. Als ich angefangen, Strategie auszurollen, sind plötzlich die Frauen und alle Entrepreneur-Frauen Anfangs 30 gekommen und haben das überrollt und haben angefangen zu kommunizieren. Da habe ich gewusst, hey, was? Das ist ja unglaublich. Und mir hat sich ganz neue Zielgruppen entwickelt. Bei mir ist das ganz spannend, ich habe von Anfang an gesagt, ich blogge über Champagner, aber meine Zielgruppen sind nicht Champagner-Liebhaber, sondern Wein-Liebhaber. Warum? Danke, weil es viel grösser ist. Champagner-Liebhaber haben ja schon gerne Champagner. Ich habe diese Zielgruppe anzapfen, die ich am meisten Leute am einfachsten rüberkomme. Und das ist wichtig, dass ihr in dem Bewusstsein vom Targeting wer für euch macht Facebook Ads? Ja, dann muss ich das nicht erzählen. Ja, A und O. Markenwert, von was stehen ihr? Seid ihr eher hoffentlich? Seid ihr eher bequem? Seid ihr abbeid? Seid ihr eher still? Und was sind eure Markenwert? Qualität? Quantität? Tut das für euch definieren? Schreibt mal 10 Wörter her, schreibt mal 10 Adjektive. Das bin ich, das bin ich nicht. Das ist meine Firma. Das sind wir nicht. ZKB, sehr gutes Beispiel. Nachhaltig. Oder? Kann man so sagen, Claudine? In die Nachhaltigkeit investiert, oder? Und das ist ein Wert, wo sich durch die ganze Company und alle Aktivitäten, wo man immer wieder spürt. Und das ist etwas Schönes. Das habe ich vorher gemeint. Haltung zeigen. Wert bewahren und die Haltung knallhart durchrefinieren. Storytelling. Was ist eure Story und wie erzählt ihr die? Gibt es nachher noch genug Beispiele? Bin ich gespannt, von euch zu hören und dann zu sehen, wie ihr das macht. Was ist der Look und Feel? Wie sieht das aus? Ist es farbig? Ist es schwarz-weiss? Wie ist das Format? Bitte kein Formatsdschungel. Schaut, dass ihr konstante Formate habt. Wirklich. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und was ist euch ein unfairer Vorteil? Das ist ein Begriff, der in der Start-up-Sprache geprägt wurde in den letzten 10 Jahren. Von etwas, das Lean Canvas ist. Kennt ihr den Lean Canvas? Sehr gut. Den empfehle ich allen, einmal auszufüllen in eine Viertelstunde. Das ist wirklich sehr cool. Der hat ein Feld darauf, das heisst unfairen Vorteil. Was ist der unfaire Vorteil von Zermatt? Mathematik. Warum? Alles klar. Danke. Wenn ihr einen unfairen Vorteil habt, Entschuldigung, ist das meistens eine extrem gute Basis für ein Storytelling, für ein originelles. Coca-Cola ist nicht die einzige, welche die Formel haben. Punkt. Ende der Diskussion. Es gibt nur eins. Was sind einzigartige Vorteile? Ich bin z.B. in einem Restaurant aufgewachsen. Ich wollte nichts damit zu tun haben, weil ich von 8 bis 18 Uhr arbeiten musste. Aber jetzt, 20 Jahre später, blogge ich über Champagner und ich kann sagen, ich habe eine Ahnung, wo ich mir Champagner aufgewachsen bin. Die Leute nehmen mir das ab. Ich sage, okay, das kann man nicht kopieren. Das gehört zu mir. Sucht so etwas. In eurer Company, in eurer Persönlichkeit, in eurer Geschichte, in eurer Karriere. Sucht irgend so Argumente. Weil das hilft den Leuten zu relativieren. Die sieben Sünden. Mein Lieblingsslide. Warum versägen die Leute auf Instagram und wahrscheinlich auch auf anderen sozialen Medien? Einfach. Unregelmässig posten. Warum wird unregelmässig gepostet? Weil wir zu wenig Content haben. Weil die Leute motiviert sind. Aha, machen wir einen Contentplan für die ersten zwei Monate. Und wir posten regelmässig. Und dann plötzlich so. Ah, diese Woche haben wir nichts. Komm, machen wir nächste Woche wieder. Ah, der ist fotografisch gerade in den Ferien. Jetzt ist diese krank. Und dann passiert im Monat nichts. Weil wir sind zwei Monate nichts und sind weg aus dem Algorithmus. Und das ist wirklich der Klassiker. Und dann sagt man, und dann kommt mir ein Telefon rüber. Ich muss immer lachen. Das ist wirklich eine gängige Frage. Seit fünf Jahren rufen mir die Leute an und sagen, du, dann hat Instagram den Algorithmus geändert. Und dann sage ich, wie so ein Mensch. Ja, ich habe plötzlich keine Likes mehr. Weisst du, da sind seine Likes von 50 auf 30. Weil sie zwei Monate nicht gepostet hat. Und dann postet er drei Poste zu einem Tag. und macht das zwei Wochen lang. Eben, ich sehe schon. Genau. Geht nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Regelmässig. Es ist eigentlich ganz easy, alle drei Tage posten. Minimum einmal in der Woche posten. Aber wenn ihr seriös seid, alle drei Tage posten. Alle zwei Tage finde ich besser, ich würde nicht jeden Tag posten. Auf keinen Fall. Weil ihr wollt ja sehen, was einem Akam passiert, wenn ihr nicht postet. Ihr müsst schauen, wie so reagiert. Wie die Community, über Hashtags greifen, über Strategien. Ähm, ja. Es ist leider sehr komplex. Das heisst, alle drei Tage posten. Zehn Tage im Monat. Zehn Posts im Monat. 30 Posts im 30 Monat. 120 Posts im Jahr. Und dazu kommen noch, sind wir bescheiden. Ein Story in der Woche. Ein Story in der Woche mit 5 Bildern. 52, 5, 250. Wir sind bei 400 Fotos. 400 Bilder. Haben wir so viel Content? Ein Jahr. Und an diesem scheitern viele, weil sie das nicht auf dem Radar haben. Was heisst das, so viel Content zu handhaben, Content auszurollen und dann immer noch cool sein, lustig sein, und Target, und Zielgruppen. Es ist schwer. Und an diesem scheitern wir. Und dann führt es eben, dass man irgendwann ein Poster und man kann auf Follower und dann ist man sowieso der Geilste. Und dann sind deine Daten für ein für alle Mal verfälscht. Ja. Wie ich schon gesagt habe, Zielgruppen nicht definieren. Wirklich. Ihr müsst wissen, mit wem wir reden. Für wer ist der Post? Was geben wir? Entertainen? Educaten? Inspirieren? Im besten Fall ist es ein Entertainment, sage ich immer. Eine Mischung aus Entertainment und Education. Dann haben wir eigentlich gewonnen. Tue nicht bei dem Post auf die Webseite verweisen, bitte nicht. Instagram ist gemacht, um auf Instagram zu bleiben. Darum hat es auch nur einen Link, mittlerweile eine Stories, zwei natürlich. Ähm. Schaffen die dann Bewusstsein, dass alles auf Instagram soll, muss, darf passieren. Und dass es separat von der Webseite passieren kann und es kann auch eine andere Strategie sein, als auf der Webseite. Ich arbeite sehr viel mit Profifotografen und dort ist immer die gleiche Diskussion, oder? Zeige ich einfach die Fotos, die ich auf meiner Webseite habe und die Antwort ist Nein, das muss nicht sein. Das kann eine ganz andere Strategie sein. Ihr könnt hier auch ganz einzigartige Strategien umsetzen, die ihr nicht auf der Webseite habt, oder nicht im Newsletter oder nicht auf LinkedIn übrigens. Übrigens ist irgendjemand nicht auf LinkedIn. Ja. Ich hoffe, ihr habt alle das Gesinge schon gelöst, weil ich es auch schon. Ähm. Oder? Das dürfen wir sagen. Weil das Gesinge hat sich einfach nicht weiterentwickelt. Sorry. Ähm. Ads schalten, mein Liebling. Ads schalten ohne organische Erfahrung, oder? Da kommen sie, nennen sie 50 Follower und machen nichts anderes als Ads schalten. Könnt ihr machen von mir aus. Ähm. Funktioniert bei ganz wenigen Produkten vor allem. Ist es nicht cool, dass wenn die Leute dann auf ein Profil kommen, dann sehen sie, nennen sie 50 Follower und schalten nur Ads. das zeigt mir, dass sie kein Bewusstsein haben für die organische Community. Punkt. Also mehr als Profi, ich weiss nicht wie es euch geht, aber wer weckt jetzt nicht gerade Lust zu kaufen. Und um das geht es heute. Es geht darum, organische Bewusstsein für Community Building, für Leadership zu entwickeln. Natürlich kann man immer noch Ads nachschiessen, man kann Newsletter machen, man kann Shopping-Strategien. Über das reden wir heute nicht. Wir reden nicht über Conversion, das ist ein anderes anbefüllendes Programm. Ähm. Aber wichtig ist, dass ihr keine Durchwerbesendung macht. Die ganze Zeit, hey, schau mal wie gut ich bin, hey, geh auf die Webseite, hey, kauf das, hey, das ist Prozent und überhaupt. Was heisst das eigentlich Werbung? Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Werbung und Storytelling? Ganz einfach. Links, ein Bild der Maserati-Webseite. Die Italiener sind ja bekannt für Leder. So wie es tun muss in der Luxuswelt. Das ist so klassische Werbung, oder? Entry in Exclusive World, Ultimate Interior Refinement, bla bla bla. So wie wir es kennen. Fair enough. Legitim. Luxusmark und Kommunikation. Das ist Werbung. Beschreibt und verkauft aktiv das Produkt. Aber Storytelling ist die Story darum herum, um das zu machen. Ich habe zwei Jahre lang sehr intensiv mit Maserati gearbeitet und wir hatten ein Fotoshooting vom Furka-Pass mit einem neuen Auto. Und dann haben wir Posts äh, gerade live gemacht. Und dann haben wir den ganzen Tag geschootert nach Hause gefahren und gesagt, wir haben jetzt keinen Bock mehr zu arbeiten, zu kochen. Komm, kauf einfach Pizza. Mit den Pizzas sind wir ins Niggelnagel neue Auto hineingeshockt, das noch nach frischem Leder geschmackt hat. Und wir so, können wir nicht auf das Leder legen. Das ist irgendwie falsch. Und dann habe ich mich auf die Schosse genommen. Und bin so irgendwie ins Chalet gefahren und es ist ein erfolgreiches Post geworden. Von der ganzen Strecke. Wir haben etwa 150 Messages bekommen, von Leuten, die geschrieben haben. Das ist Storytelling. Und das sagt, nicht viel anders als das, das sagt, das Leder ist wertvoll, aber auf eine ganz andere Art. Und das ist Authentizität im Kontext von eurer Positionierung. Am Ende des Tages ist es nur die Frage von einer Haltung. Für was stehen wir und für was nicht? Ganz einfach. Seid ihr Apple oder seid ihr Microsoft? Seid ihr Gocci oder seid ihr Pepsi oder seid ihr Vivi-Cola? Ja! Das ist so. Und Vivi-Cola ist cool übrigens. Ja. Also das, was ist die Haltung? Wenn ihr die Haltung lebt, dann werdet ihr ernst genommen, nicht nur als Mensch, sondern vor allem als Marke. Storytelling, Bildsprache, Look-and-Feels, Instagram-Strategie ergeben sich aus dieser Haltung. Und alles, was ihr macht, jeden Touchpoint mit euren Kunden, mit euren Partners, mit euren Medien, reflektiert die Haltung. So wäre es am schönsten. Natürlich ist es sehr schwierig und die wenigsten Marken könnten das 360 Grad perfekt abwickeln. Ja. But we're trying. Ich habe für euch 18 Profile rausgesucht, die ich finde, eine sehr gute Story, wo alle das sehr gut machen. Ich zeige heute nicht gross Videos und Reels, sondern es geht mir einfach wirklich um die Story und um die Strategie von diesen Profilen. Und bei den Titelbildern habe ich auf einen sehr bekannten Herr zurückgegriffen, den heisst Gary V. Wer kennt ihn? Sehr schön. Wer ihn noch nicht kennt, folgt ihn. Gary V. Gary Vaynerchuk ist ein Social Media Guru aus New York. Ihr werdet ihn folgen und nach einer Woche werdet ihr ihn wieder entfolgen, weil euch so auf die Nerven geht. Ja, er liegt schon. Gell? Es ist ja so. Er hat so eine laute, penetrante, direkte Art und Sachen. Aber er sagt, was er sagt, ist wahnsinnig gut über unsere Zeit. Wie wir mit Medien umgehen, mit digitaler Kultur, mit Geschäftsmodellen, mit Kunst. Und um das geht es ja. Es ist ja nicht nur Social Media. Es ist irgendwie, heute macht man NFT, man redet über Krypto, alle sind in sozialen Medien, jetzt kommt Metaverse. Also, adapt, please. Und es ist auch eine Erinnerung an uns, dass die Zeit sich weiterentwickelt und die Pandemie hat so gemacht. Also wirklich, ist es wirklich krass. Und darum leg ich es wirklich allen in die Herze. Du dich auseinandersetzen mit den Social Media. Weil es wird nur noch schlimmer. Also schlimmer. Besser. Für mich besser. Ja. Aber darum nutzt das. Und es braucht ihr halt einfach, wenn ihr noch nicht drin seid. Es braucht eine Weile. Aber in ein paar Jahren werdet ihr sagen. Oh wow. Was heisst Mindset? Mindset mit welcher Einstellung gehe ich auf Social Media? Vier Punkte. Workflow, wie ich schon gesagt habe. Smart. Mobile. Schaut das so viel wie möglich mobile machen. Natürlich, wenn ihr in einer Company sind und Software sind, ist das etwas anderes. Ist mir schon klar. Aber ihr müsst ein Gefühl dafür entwickeln, was es heisst, mobiles posten. Wie die App funktioniert. Was funktioniert. Was nicht. Und vor allem müsst ihr auch eine gute Datenbank auf Cloud. Weil wenn ihr im Jahr wirklich zwischen 400 und 600 Content-Stücke ausrollt, dann sind das, ja, sind das ein paar Tausende in zwei, drei Jahren. Das müsst ihr geordnet haben. Und die könnt ihr immer wieder brauchen. Und das ist wichtig. Dort gehört auch dazu, dass ihr die Sachen archiviert. Dass ihr im Instagram einstellen. Storys und alles wird archiviert. Dann könnt ihr das alles abrufen. Das ist wichtig. Und vor allem auch, dass ihr einen Business Account habt. Hat jemand kein Business Account? Noch nicht. Machen. Ganz einfach. Einstellungen, Business Account, Facebook Page eröffnen. Muss ihr nicht bewirtschaften. Und dann werdet ihr viel mehr Daten haben. Also das Erste, was ihr machen müsst, wenn ihr da rauslaufen, bitte. Bewusstsein für Leadership. Wer Follower will, muss Leader sein. Die kommen ja zu euch. Die wollen ja etwas für euch. Die wollen unterhalten werden. Ich würde es immer so ein wenig mit einem Comedian Stand-up-Comedy vergleichen. Wenn du Stand-up-Comedy machst, den kennt niemand, dann machst du tausend Witze und der Saal ist leer. Aber du musst es einfach machen, weil es cool ist. Auch wenn nur ein oder zwei Leute rein sitzen. Und du machst so lange gute Witze, bis der Raum voll ist. Und du machst so lange weiter, bis die Leute draußen anstehen. Und dann fährst du aufhäuschen. Und das meine ich mit Leadership-Bewusstsein. Du musst lang, lang musst du es einfach für die Leute machen. Du musst damit umgehen können, dass du keine Likes hast, dass die Leute nicht antworten. Du musst einfach die Linie durchlaufen. Und dann steht der Tropfen und holt den Stein. Community. Bewusstsein für Community. Redet mit diesen Leuten. Tue nicht posten und gehen gerade weg. Bleibt dort. Tue den Leuten antworten. Tue gerade Comments beantworten. Tue alle Direct Messages beantworten. Es gibt nichts Schlimmeres, als eine Supermarke, perfektes Profil, und du kommentierst und es gibt nicht mal ein Herz in Druck oder du schreibst nicht zurück, bis in dem Bewusstsein von dieser Community. Weil die wollen ja, dass die euch hinterherlaufen. authentisch sein wird. Authentisch sein, immer im Kontext der Positionierung. Den müssen wir nicht euch das ganze Privatleben erzählen. Das ist mir schon klar. Aber bisschen gut seid Menschen. Redet nicht in Business Sprache wie auf LinkedIn. Seid souverän, aber redet menschlich, redet natürlich. Das ist wirklich wichtig. Nicht wie ein Anwalt. Darum heisst es Instagram. Und Achtung vor Vanity Matrix. Weisst jemand was Vanity Matrix sind? Eitelkeitsdaten. Also auf gut Deutsch. Wie definiert ihr Erfolg? Ist Erfolg für dich, wenn du sagst, ich habe 100'000 Likes? Klingt erfolgreich, aber wenn die 100'000 Likes alle verboten sind, ist es ja eigentlich nur Eitelkeit, weil ich habe gar nicht Erfolg, sondern die sind gekauft. Und das ist das auch passiert, wenn du gekaufte Follower hast. Klar kann ich 20'000 Follower kaufen, aber am Ende des Tages bringt es dir eigentlich gar nichts, also belügst du dich selber. Und viele Companies, viele Marken sind in dieser Eitelkeitsspirale drin, dass sie nur irgendwie viele Likes oder viele Follower bekommen. Und es wird dann so von den Medien hochgepostet. Ah, du bist nur erfolgreich auf Instagram, wenn du so und so viele Follower hast. Das ist kompletter Schwachsinn. Du kannst ein super Instagram-Profil an mit 2'000 Follower, wenn du eine Community hast, die du alle kennst, die dir folgen, die kaufen von dir. Also lass dich das nie von jemandem sagen. Es ist so individuell. Darum Achtung! Achtung vor Likes! Dir müsst einfach schauen, dass es konstant ist und dass es nach oben geht. Das ist wirklich wichtig, würde ich sagen. Und die Interaktion ist im Zweifelsfall eigentlich immer wichtiger. Also Direct Messages und Comments, wenn du wirklich mit den Leuten reden. Und der Hocken ist, das braucht immer mehr Zeit. Je länger, dass ihr es macht und müsst ihr einfach jemanden einstellen. Aber um das geht es am Ende des Tages. This wild idea, eines meiner Lieblingsprofile, das ist die Medi. Und die Medi hat einen unfairen Vorteil, sie lässt alles mit sich machen. Wer schon mal einen Hund fotografiert hat, weiss wie schwierig das ist. Es ist wirklich, wirklich schwierig. Und, 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 also der hat wirklich mal angefangen zu bloggen mit seinem, wirklich, mit dem iPhone jeden Tag, mit dem Hund. Er konnte einfach lustige Sachen machen. Und dann hat er das Schritt für Schritt monatisieren, hat sein Haus gebaut, hat über jeden Ziegelstein, über jeden DIY-Shop gepostet, hat sein Auto finanzieren, erlebt so das Outdoor-Leben mit der Westen von Amerika und verkörbt das extrem. Und hat dann angefangen einfach Werbung machen mit dem Hund. Er ist dann gegangen und hat gesagt, hey, geben wir zwei wieder einen Thermostat, oder? Das sind Thermostaten. Das war dann eine Idee und er hat das umgesetzt. Das ist Werbung, oder? Im Jahr 2022. Das ist authentisch, das ist cool. Und er kann das machen, weil einfach sein Hund das mitmacht. Und er hat das wahnsinnig smart monetarisiert. Er ist jetzt gerade bei 900'000 Follower oder so. Aber einfach, die Community ist wahnsinnig. Also gehen Sie schauen. Es ist so, du freust dich immer wieder zu sehen, was haben sie jetzt wieder miterlebt. So ein bisschen à la Tim und Struppi, oder? Ja. Also eben, halt wahnsinnig emotional auch. Symmetry Breakfast. Und das ist nicht gespiegelt im Photoshop, sondern es ist immer zweimal gekocht. Und mit der Zeit, und das hat er jetzt irgendwie etwa 4'000 Mal gemacht. Und jedes Mal in den Post gehst du hin und siehst so, ah, warte mal, das Bondreit liegt ein bisschen anders als da. Es ist so, wie du gehst, so wie Fehler zu suchen, oder? Es ist ja echt lustig. Und eben, also der hat sich einfach in etwas reingesteigert. Und eigentlich macht er nichts anderes, als jeden Morgen für sein Schätzchen schön zu kochen. Und hat das einfach ad extremis betrieben. was ich gemeint habe, vor allem mit authentisch zu sein. Nicht zu sagen immer, ja, das Gefühl, ich zeige mir das Privatleben auf Instagram. Sicher nicht, oder irgendwie. Ja, es ist ja so. Also das ist, gut, das ist am Ende des Tages uns allen selber überlassen, was zeigen wir für uns, was wollen wir nicht. Und darum sage ich, wenn du das im Kontext von einem Geschäftsmodell, von einer Positionierung machst, ist das extrem kraftvoll. Es gibt nicht so viele intimere Sachen, ausserhalb des Schlafzimmers, die intimer werden, als es morgen mit dem Schätzchen zu zeigen. Der ganzen Welt. Das ist eigentlich ein total intimer Moment. Es geht nicht immer etwas an, aber der hat sich so in den Sinne gesteigert. Und natürlich beschreibt er immer noch schön. Es ist halt Essen, es ist saisonal, es ist farbig, es ist cool, es ist hip. Und was für ein Zufaller hat er natürlich noch ein Buch daraus machen und mit dem Buch hat er den Hochzeitsantrag an seinen Mann gemacht. Er hat fast keine Bücher verkauft. Also smart montarisiert, aber durchgezogen. Und er hat auch irgendwann, wo die Reels aufgekommen sind, hat er angefangen, jeden Morgen einfach so ein total kitschiges Discostück, Musik zu nehmen und sein Freund hat einfach ums Morgen herum getanzt. Und ich denke so, okay, ja, aber es ist so lustig gewesen. Es ist so unterhalten. Die haben das voll gelebt. Und die haben einfach die Haltung gehabt. Wir finden das geil und wir stehen dazu. Ende der Diskussion. Und die Leute haben das einfach gespürt, oder? Also natürlich ist es auch visuell sehr gut. Er nimmt immer andere Pans, er nimmt andere Hintergründe. Also wie gesagt, hat sich in etwas eingesteigert. Profilauftreten im guten Namen hilft immer. Schauen, dass es dann nicht zu lang wird. Es ist wieder auf den Stories abgeschnitten. Schauen, dass sie kurz sind. Schauen, dass ihr das jemandem am Telefon erzählen kann. Oder mittlerweile bei Networking-Anlässe oder Vernissage. Hey, hoi. Ich bin Dan. Was machst du? Hoi, ich bin Sabi. Sabi, hoi. Was hast du für ein Instagram-Befehl? Digitale Mutmacherin. Mega lang. Digitale Mutmacherin. Gut, das kann ich mir noch merken. Und so geht es heute. Was ist dein Instagram? Was ist deine Webseite? www.oh, andere. LinkedIn ist schon schwieriger. Aber so geht es. Sucht etwas, was cool ist. Digitale Mutmacherin. Digitale Mutmacherin. Wirklich? Ist aber noch cool. Würdet ihr bei der Karin, gell? Fast. Würdet ihr bei der digitalen Mutmacherin alle folgen? Yes. Yes. Genau. Schaut, dass ihr das gleiche Profilfoto habt auf den guten Kehlen. Wenn ihr ein Alleinunternehmer, wenn ihr ein Entrepreneur seid, bittet ihr uns das Foto, nicht das Logo. Auch wenn ihr ein CEO seid, eine grosse Firma habt, bittet ihr nicht das Logo. Macht euch ein Gesicht für menschlicher. Und auf LinkedIn selbstverständlich das gleiche Foto, wenn es geht. Redet unverkrampft, bleibt immer souverän. Geht nicht auf schlechte Kommentare. Wirklich nicht. Ich habe dann immer so, wenn ich einen Champagner poste und ab und zu, kann man Leute sagen, machen so einen Post und sagen, was schreibst du da für ein Sein? Der ist doch gar nicht gut. Und dann schreibe ich einfach unter der Hörer, es freut mich, dass es nicht gefällt. Dann bleibt mehr für mich übrig. Lehren mit dem umzugehen. Wirklich. Und das meine ich mit der Haltung. Stellt dazu. Und etwas nicht gerne hat, dann steht dazu. Punkt. Salty Wings ist eigentlich nichts anderes als Drohnenfotografie aus Australien. Und das ist ja hip geworden. Vor etwa acht Jahren hat das angefangen. Plötzlich hat jeder, jeder musste sich eine Drohne kaufen. Und dann gab es 400'000 Profile mit kreativerdronenfotografie.com. Aber die haben eine Marke daraus gemacht. Die haben Drohnenfotografie in Australien, die über das Salzwasser fliegt. Also Salty Wings. Gesalzene Flügel. Das ist ja noch geil. Und die haben auf Instagram angefangen. Und sind dann analog gegangen. Haben einen Popup-Shop gemacht. Du kannst die Poster von Australien bestehen mit drei Klicks. Sie haben es checken. Es sind eine der ersten, die wirklich verkauft haben über Instagram. Ist heute noch schwierig. Aber darum sage ich, macht es den Leuten einfach. Macht es einfach. Zum Verstehen. Und selbstverständlich sind die Fotos natürlich auch cool. Du kannst dir gleich vorstellen, wie das Poster geil aussehen bei dir zu Hause. Die Fotos sind aber sehr zweidimensional, sehr direkt. Und darum funktionieren sie einfach auch gut auf dem kleinen Screen. Fotos, die zu viele Detail haben, sind immer schwierig. Also gerade wenn ihr so Landschaftsfotos nehmen, die ihr in einem Querformat 2x3 postet, das sieht einfach nie richtig geil aus. Entschuldigung. Es bretst einfach nicht. Und das ist ein gutes Beispiel für mich, was für eine Bildwelt funktionieren. Wie gesagt, der Name ist Programm. Salty Wings. Endet die Diskussion. Macht es euch zur Marke. Auch wenn ihr nur die Drohnenfettchen von Blumen macht. Dann ist es halt Flying Mayblümchen. Oder weiss auch nicht was. Also ja. Miss Underground. Was ist ausserordentlich an diesen Bildern? Kann man es etwas sagen, bitte? Keine Menschen. Keine Menschen. Danke. Seid ihr schon mal in London Underground gesehen, haben keine Menschen gesehen. Also gut. Vielleicht in den letzten zwei Jahren mal, wenn ihr runter dürfen. Aber das ist alles mit dem iPhone geschossen. iPhone hat 28mm, leichtes Fischhawk. Perfekt für das. Jenny lebt ausserhalb von London. Ist immer jeden Tag mit der Tube gearbeitet. Ist so fasziniert gewesen von dem. Ich habe einfach immer gewartet eine Millisekunde, bis jemand nicht durchs Bild gelaufen ist. Und hat das einfach zweitausend Mal gemacht. Wir haben sie gebuchet, fotografiert von iPhone. Die ist so gross in der Region Street gehangen. Und dann haben wir Workshops gemacht mit 15-jährigen Fotografie- Workshops. Und sie kommt immer rein. Also im englischen Sommerrock mit dem Korb. Und zu einer dicken Brille. Und du würdest sie das nie geben. Und alle 15-jährigen denken, was will denn die Mami da? Und heute kommen Heerscharen von chinesischen Touristengruppen, die eine Führung mit ihr. Durch die London Underground. Nur mit dem iPhone. Nur Miss Underground. Nur U-Bahn. Und der Content geht nie aus. Beim Hund. Geht der Content nie aus. Der Hund ist immer da. Er will kochen. Er will schlafen. Er will fahren. Er will rausgehen. Laufen. Zum Morgen. Geht der Content nie aus. Ich mache jeden Tag zum Morgen. Und das ist es. Sucht euch etwas, wo ihr von alleine immer wieder Content bekommen. Wenn ihr dann Reisefotografen seid, ist das mega schwierig. Also gerade während der Pandemie haben ganz viele Reisefotografen nichts mehr zu posten gehabt. Weil sie einfach nicht mehr reisen können. Punkt. Und das ist es, oder? Sucht etwas, wo ihr elegant in den Alltag integrieren könnt. Dass ihr nicht die ganze Zeit überlegen müsst. Oh, jetzt muss ich einen Post machen. Oh, ich habe doch keine Zeit. Weisst du was ich meine? Es muss Freude machen. Es muss cool sein. Es muss lebendig bleiben. Und das ist für mich eines der brillantesten Beispiele. Und natürlich mittlerweile gut monetarisiert. Supercar Blondi. Ich kenne sicher die einen der für euch. Oder die andere ist im Moment die Welt bekannteste Autobloggerin. Und klischierter geht es ja eigentlich nicht. Oder? Blondine, schnelle Autos, teure Umgebungen. Aber die macht das mit so viel Charme, mit so viel Interesse. Die ist immer gut drauf. Die lacht immer. Die hat so Freude an dem. Folgt ihr mal. Das ist wirklich cool. Das ist wirklich cool. Das ist eine Australierin, die übrigens im Schweizer Verheiratet ist, auch viel da ist und so. Lebt in Dubai. Extra hip, of course, at the moment. Aber die hat das verstanden. Die Haltung, dass die Kompetenz, die Begeisterung auszuspielen an einem Thema, auszuspielen und einfach durchzureklinieren. Mit so viel Humor. Mut zum Humor zu haben. Also es ist schon, es ist grossartig, muss ich wirklich sagen. Instagram heutzutage immer mehr als Erstkontakt zu einer Marke. Das muss ich glaube nicht erzählen, weil die gehen scrollen, die gehen zuerst mal schauen, was machen die dort, was sind die Produkte, wie werden sie inszeniert. Da gibt es ganz viele gute Beispiele und da ist natürlich immer eine Frage, wie ergänzt durch den Marketing. Haben wir eine Newsletter? Haben wir eine Kampagne? Haben wir einen Laden? Was passiert dort? Das Minty Moment ist eigentlich ein Architekturfotograf in vietnamesischer Abstammung. Darum heisst er Mint. Mint. Und Minty Moment heisst auf Englisch frisch. Neue Moment. Er lebt in Los Angeles. Das heisst, er hat einen unfairen Vorteil, dass immer schön leicht ist, immer schön warmes, knackiges Licht, schöne Architektur. Und er hat eigentlich nur Architektur fotografiert. Und nebenbei ist er aber Balletttänzer gewesen. Und irgendeinmal sind Kollegen von ihm von der Klasse im Ekonos Fotoshooting, er war im Shooten und der eine ist plötzlich das Bild getanzt. Er so, äh, was? Das ist ja cool. Und er hat aufgrund von dem dann eine Bildsprache gemacht, die mit ihm gespielt hat. Immer mit Körperspannung, mit Leuten, mit Bewegung, mit Dynamik, mit Chat, entstanden ist ganz eine einzigartige Bildsprache. Und er kann das nur in Los Angeles machen. Du hast immer das gleiche Licht. ist es immer warm. Du hast die Chatten, du hast die Leute, oder? Und er lebt heute, er macht heute Werbefotografie. Alles in diesem Stil. Still Life für Beauty, für Turnschuhe, für Autos. Das hat alles so den knackigen, sehr warmen Stil. Und halt einfach dynamisch, oder? Und das funktioniert halt brutal auf Instagram, oder? Zweidimensional, kontrastig, farbig, geil. Münch Marx, einer der bekanntesten Landschaftsfotografen in Deutschland. Das sind drei verschiedene Länder, wo ihr alle 2'000 Kilometer voneinander entfernt seid. Und gleich sieht alles aus einem Guss aus. Wie schafft man das einfach? Ein guter, smarter Workflow. Ihr müsst nicht ein Profifotograf sein. Aber schaut bitte bei Instagram die endbearbeiteten Sachen an. Könnt ihr immer den gleichen Kontrast rein tun? Könnt ihr immer eine Vignette rein tun? Tönt ihr es eher in der Sättung? Schaut, dass es wenigstens ein bisschen konstant ist. Auch wenn ihr kein Profifotografen seid. Oder sonst zieht euch jemanden zu. Wie kann ich meinen Bildstil einheitlich machen? Was ist mein Look? Look und Feel, sagt man dem. Und der hat es verstanden. Klar ist er Profifotograf. Aber dass ein Look so konsistent ist, egal in welcher Landschaft er ist. Es wird wie so zu einer Sprache. Übrigens ein fantastisches Profil. Wenn ihr aufs Profil gehen könnt schauen, hat er ganz viele Stories wo er seine Reiseberichte macht. Also zum Beispiel ein Vulkan hochgeht. Auf alle 100 Meter macht er Stories und Berichte. Also es ist wirklich eine fantastische Reisereportage. Als ich das gesehen habe, habe ich aufgehörte Reisehefte kaufen eigentlich. Ich entschuldige mich für meine Fluchwörter. Es sind ja nicht meine, sind von dem her. Und es tut mir leid. Ich hoffe, das tut niemanden betreffend mit dem. Aber da geht es auch noch um etwas ganz anderes. Mehr in der Schweiz. Wir haben immer so ein bisschen das Gefühl, ja. Ja. Oder. So ein bisschen schüch zu sein. Und was ich eigentlich auch möchte sagen, ist, er steht auch für das. Hey, macht! Verzählt eure Story. Geh raus damit! So ein bisschen mehr das amerikanische. Weisst du so ein bisschen. Ich glaube, das würde uns alle auf Instagram sehr gut tun. Das heisst nicht, dass man solche Wörter benutzen muss. Aber Followers, Communities, Kunden spüren Leidenschaft. Spüren, wenn ihr etwas gut findet. Und das meine ich mit dieser Haltung. Für was ihr steht. Wenn ihr mit dem steht bei Leib und Seele. Dann werden die Leute anspringen. Hoffentlich die Richtigen. Ich habe probiert zu definieren, was wirklich guten Content ausmacht. Dann bin ich auf eine Formel gekommen. Mit drei Ingredienzen. Das ist Leidenschaft. Punkt. Ende Diskussion. Die kommt zuerst. Man spürt das. Man spürt, ob ihr das gerne macht. Oder ich muss jetzt einen Post machen. Oder irgendwie. Ja, sie müssen in diesem aufgehen. Das Thema. Die müssen brennen für das Thema. Kompetenz. Fachwissen kennt ihr euch in den Materien aus. Egal auf was ihr steht. Vielleicht steht ihr für die digitale Mutmachung. Vielleicht steht ihr für zum Morgen. Vielleicht steht ihr für den Hund. Vielleicht seid ihr ein Experte in Babyfotografie. Ich weiss es nicht. Aber wenn ihr das seid, dann spielt die Kompetenz aus und bringt eurer Community etwas bei. Erzieht die im Bewusstsein vom Leader. Hey, schau das und das kannst du von mir lernen. Nicht arrogant. Aber checkt, dass ihr etwas gegeben habt. Und das ist eigentlich ein Geschenk. Du darfst es geben. Ja. Ich habe mal einen sehr guten Spruch gehört von einem Leader, der sagte, am Ende des Tages, wenn du ein Leader sein willst, musst du dienen. Eigentlich müsst ihr dir in diesem Bewusstsein sein, als Leader immer eurer Community zu dienen. Die müssen geben. Die müssen posten. Die müssen sie unterhalten. Die müssen antworten. Und zum Glück hat der Tag 28 Stunden. Ist ja kein Problem, oder? Und das dritte ist natürlich, euch eigene Handschriften zu entwickeln. Es gibt 400'000 Landschaftsfotografen. Jeder sieht anders aus. Was tut euch differenzieren von der Konkurrenz? Ihr werdet nie mehr alleine sein. Egal was ihr macht. Was seid ihr? Was ist eure Handschrift? Was macht ihr einzigartig? Kim Leuenberger, Fotografin aus dem Jura, ist mit 22 Jahren ausgezogen, die Welt zu erobern. Hat nicht so recht gewusst, was sie aus ihrem Leben machen soll. Hat einfach ihre Kamera mitgenommen, ein paar Autos. Hat aber gewusst, dass sie unbedingt leidenschaftlich für Fotografie war. Und ist dort die Welt gereist und hat einfach überall die Autofotos gemacht. Also aus Spass, oder? Aber das ist ja nicht einfach nur ein Herrgesetz. Das ist richtig fotografiert, richtig kompensiert. oder? Das ist Schnee, du musst es unterbelichten. Das ist alles. Da weiss ich gerade, die weiss, was sie macht, oder? Und das ist aber nicht genug gewesen. Sie hat in dieser Weltreise, die ganzen Post, die sie gemacht hat, hat sie sich ihr Herz rausgeschrieben. Also sie hat so lange Captions gemacht, sie hat das ein Tagebuch eigentlich gebraucht, um wirklich alle ihre Gefühle und Sorgen und Ängste und alles, was sie hatte und ah, was soll ich mit meinem Leben machen und so. Und die hat das so offen gemacht, dass die Leute der ganzen Welt auf das angesprungen sind. Sie war einfach ehrlich zu sich, sie hat gesagt, das beschäftigt mich im Moment und ich muss über das reden. Das kann nicht jeder. Das ist mir schon klar und das muss nicht jeder. Aber das ist jetzt ein Extrembeispiel, oder? Aber das meine ich mit Authentizität, die Leute, die schon länger auf Instagram sind. Ist jemand da mit über 100'000 Follower? Die lachen. In zwei Jahren hast du 100'000 Follower. Und das meine ich, je länger du das machst und je mehr du es mit beschäftigst, je mehr du auch exposed bist. Also du wirst ja komplett exposed in die Öffentlichkeit und das von dir zu geben. umso mehr lernst du mit dem umzugehen. Das ist so ein Phänomen, das viele beschrieben haben, dass sie plötzlich gemerkt haben, dass sie eigentlich viel mehr erzählen von sich und persönlicher werden ist es total abgegangen. Es ist wirklich ein Phänomen. Alan Schaller, wahnsinniger Fotograf aus London, hat früher alles fotografiert, Blümchen, Tiere, Streetfotografie, Farbige, oder ein Schwarz-Weiss-Foto gemacht, gewisse wollen nichts mehr anders machen und hat zwei Formate gemacht, immer hartkontrastig, immer Street und aus dem ist ein Profifotograf geworden. Ende der Diskussion. Ganz einfach. Und ich weiss sofort, wenn ich im Feed... Ich weiss, es ist er, ich muss es gar nicht lesen. Ich weiss, wenn ich sie zum Morgen sehe, ich weiss, es ist er, ich weiss, wenn ich den Hund sehe. Ich muss gar nicht mehr überlegen, wer es ist. Ich weiss es sofort, für was es steht. Und der hat einfach sein Ding durchgezogen. Und das geht ständig für etwas. Findet das Thema. Personal Branding ist im Moment in aller Munde. Sein Mensch, oder sich als Unterpreneur oder von mir so als Angestellten zu einer Marke zu machen. Und bei einem Personal Branding geht es am Ende vom Tag um nichts anderes, als ein Thema zu definieren, vielleicht zwei, und das die nächsten zehn Jahre zu kommunizieren. auch auf LinkedIn. Auch auf LinkedIn. Ich rede seit zwölf Jahren über Champagner. Ich trinke nicht so viel, wie ich gerne würde, aber... Nein, aber Spass beiseite. Und ich habe vor zehn Jahren meine ganze Positionierung, meine Ton of Voice, meine Marke kreiert. Das ist immer noch genau gleich. Das ist immer noch genau gleich. Meine Grundwerte sind gleich geblieben die zehn Jahre lang. Und das übernehme dich die Zeit, das zu definieren. Gebe dich drei Monate Zeit. Sagen so, ich mache ein Lean Canvas, ich mache eine Positionierung, ich mache genau meine Zielgruppen definieren, ich mache meine Werte definieren, wie rede ich, wie will ich nicht sein. Die Leute schauen die Konkurrenz an. Unbedingt. Was stört euch an der Konkurrenz? So will die nie sein. Dann mache ich genau das andere. Ich habe lustigerweise angefangen über Champagner zu bloggen, weil ich so angewidert gewesen bin von der Weinwelt. Ja, mich hat das so aufgeregt, dass es so blöd klingt, so die Honig in der Nase und bla bla und Floral und so. Da habe ich gedacht, könnt ihr nicht irgendwie normal reden? Ja, und dann habe ich mich für das interessiert und habe all diesen Leuten geschrieben, das ist ja ein Nischeprodukt, das daraus kommt und es hat niemand geantwortet. Niemand geantwortet. Echt, der arrogante Sack. Nein, Entschuldigung, ich habe es nicht angewidert gewesen von dem, dass es nicht geht und das ist einer von meinen Treiber geworden, um es einfach zu machen. Und dann habe ich gesagt, hey, bist doch ruhig, mach es erst mal besser. Und das ist, so ist es passiert eigentlich. Lustigerweise. Gut, ich habe das damals einfach ein Hobby gemacht, gell, ich habe nicht, ich habe nicht mehr Geld verdienen oder irgendetwas, ich habe es einfach für mich gemacht. Und ich glaube auch Marken, ein Geschäftsfeld haben, das ist mir schon klar, wir haben Marketingbudgets und das muss alles konvertieren. I get it. Okay. Aber die Leute merken das, oder? Contest. Und das wollte ich immer noch verkaufen, 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 pushen. Es ist ein anderes Zeitalter heute. Es ist Community Building, es ist Connections machen. Und das könnt ihr auch mit Millionen von Leuten, wenn ihr das smart machen. ist jemand auf TikTok? Niemand. Komm jetzt. Okay. ihr eröffnet ein Konto bei TikTok in einer Woche und der erste Account, den wir gehen folgen, ist Chipotle. Kennt ihr? Chipotle ist eine mexikanische Essenskette. Oder Gymshark aus der UK. Chipotle übrigens auch einen wahnsinnig guten Account auf Instagram. Mexikanisches Essen, moderne Kommunikation. wirklich sehr, sehr, sehr gut gemacht. Was ist ein roter Faden? Mexikanisches Essen, digitale Mordmacherei, Babyfotografie. Ist es rein ästhetisch? Ist es konzeptionell? Ist es ein Geschäft? Wool and the Gang? Gibt es wirklich? Das ist eine Marke, die verkaufen tatsächlich Wolle. Und es ist momentan wirklich einer meiner absoluten Lieblingsaccount. Geht euch das anschauen. Die machen im Moment Filme mit Schafen. Ja? Es ist so lustig. Und es ist so nahe. Und es ist wie so Edutainment. Sie bringen den Leuten bei, wie man richtig liest. Sie zeigen coole Beispiele und dann zeigen sie auch mal Alpaka mit einem Alpaka-Schal. Also es ist grossartig. Und das Geschäft, das läuft richtig gut. Und die haben das verstanden, wie man kreativ ist, oder? Dann kannst du einfach sagen, wir sind der Wohlenladen in Bern, oder? Aber nein, wir sind Wohlen and the Gang. Und das meine ich mit Positionierung. Einen guten Namen. Sagt. Was ist dein Sinseprogramm Profil? Gut. Was ist dein Sinseprogramm Profil? Asikowa. Wie viel? Asikowa. 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 Okay. Wie schreibt man das? Asikowa. Asikowa. Okay. Gut. Also. Alle folgen, bitte. 20 neue Follower. Gut. Joe and the Juice. Kennt ihr vielleicht? Ich hätte... Äh... Bist du bei Joe and the Juice? So gut. Wer ist bei Joe and the Juice? Was fällt dir auf, wenn ihr bei Joe and the Juice reinlaufen? Es ist alles pink. Danke. Was sonst noch? Gibt es irgendetwas? Es läuft immer laut Musik. Oder? Die haben eine Armada an Playlisten. Auf Spotify. Und das ganze Musik, das ganze Pink, das ist alles so ein bisschen... Das geht alles so ein bisschen... fresh. Und die ziehen das knallhart dureinander. Das Pink, das ist in den Bilder, das Farbsticht drin und kommt immer wieder. Ich meine, das ist Perfektion natürlich. Die haben ja mittlerweile irgendwie 2000 Filialen auf der Welt und das mit irgendwie 15 SF und 5 Verschindungen zum Morgen. Also die sind so streamlinet. Und die Leute sind auch immer mega nett. Die sind immer gerade, mach 1 auf 2 und so. Und das, wie sagt man, die haben den Namen für das. Bro Culture. You're my bro, oder? Da bist du immer so. Und das gehört aber noch zu der Marke, wie eine Marke redet. Also wenn ihr so mit euren Kunden redet, dann redet ihr da natürlich auch mit denen. Das Bewusstsein für diese Zielgruppe. Wer kennt den Herr? Wer kennt, wenn ich es so mache? Siehst du? Ja? Ein Signature Move ist natürlich auch gut. Bitte folgen ihn wieder mal. Also der Mann, der hat ja das Fleischimperium auf der Welt gebaut mit lustigen Videos über Fleisch. Eigentlich macht er nur 3 Sachen. Lustige Videos mit Fleisch, Fitness, zeigen was er für ein Macho ist, oder? Und Filme, kitschig imitieren. Und das ist alles. Und das lustige ist, der kann kein Englisch. Der kann wirklich kein Englisch. Der schreibt immer nur auf Türkisch. Aber trotzdem hat er irgendwie 10 Millionen Follower. Das ist ja um die Welt gegangen vor, wann ist das gewesen? Das ist auch schon ein paar Jahre her. Aber eigentlich ist es ganz einfach. Fleisch, Fitness und ein wenig Filmen. Das ist halt. Themen aussuchen und durchdeklinieren. Und in diesem, tun alle in kreativ sein, dieser Box. Die Haltung. Knallhart ausspielen. Eigenen Content posten oder anderen Content. User Generated Content. UGC sagt man heute. Content von anderen, die ihr bei euch postet. Wenn ihr sagt, schau, das ist der Hashtag, wenn ihr repostet, dann seid ihr rechtlich safe. Das dürft ihr. Aber es ist natürlich Etikette auf Instagram, dass man den Leuten sagt, dass man die Leute erwähnt, wenn man dort repostet und ihr werdet, erstaunt sein, wie viele Leute das cool finden. Weil die wollen ja gesehen werden. Bei Apple haben wir so, Community Briefen am Anfang, dann Videos gemacht und dann gesagt, wir haben gesagt, macht Fotos nur zu diesem Thema, postet, Shot on iPhone und wir haben es dann repostet, wir haben es kuratiert. Ja. Aber natürlich mit einer Haltung. Es ist Apple, es ist immer sehr fresh, es ist detailreich, es ist sehr farbig, das ist halt, ja, das ist halt die Marke. Leica Switzerland, ein Account, den ich persönlich kuratiere seit 5 Jahren, weil mir die Fotografie sehr im Herzen liegt. Wir haben hier einen eigenen Hashtag aufgebaut, vor dreieinhalb Jahren, wo jetzt 50'000 Mal gebraucht worden ist. Und es ist harte Arbeit, also ich weiss wie das funktioniert und es geht. Das kann smart sein, aber wenn ihr ein kleiner Player sind und wenn ihr nicht etwas habt, was viel durchdekliniert wird, lohnt sich das nicht, einen Hashtag zu bauen. Aber wir haben hier Leica Switzerland, weil es ist eine Materie, die die Leute posten, was ich damit identifizieren möchte. GoPro, kennt sicher die ein oder andere von euch auch, es ist sehr gut kuratiert. Ja. Aber bitte, könnt ihr euch einen eigenen Namen als Hashtag machen. Es ist schwierig. Hashtags sind schwierig, ich komme mir am Schluss noch schwind dran. Hashtags sind kompliziert. Und bitte macht auf LinkedIn keine Hashtags. Bitte nicht 20 Tage auf LinkedIn. Von mir aus ein, aber bitte nicht. Stefan Heine, Fotografie-Künstler, er macht eigentlich immer das Gleiche, es sind einfach so für live. Die haben mal irgendwie 800 Franken gekostet, das kostet es 8'000, weil er auf Instagram war, weil er hat nämlich etwas gemacht, was sehr einzigartig ist und total nicht offensichtlich ist. Wenn ihr die Bilder anschaut, dann kommt schnell mal in den Sinn, das könnte ja schnell mal langweilig werden. Das sieht ja eigentlich, es ist ja eigentlich immer im Verlauf. Er hat aber andere berühmte Künstler angefangen zu posten, die auch so etwas in dieser Welt sind. Es ist farbig, es ist hip, nur kostet die irgendwie 10 Millionen und die 1'000. Und das, was es immer wieder gemacht hat, ist so eine Art wie unterbewusst ist er aufgewertet worden. Ich weiss nicht, also ich kenne ihn auch mittlerweile, aber ich weiss nicht, ob es bewusst oder unbewusst war, aber das ist recht smart und es ist mega schwierig, Content von anderen mit eurem eigenen Content zu kombinieren. Das ist mega schwierig. Am Ende des Tages, wenn ihr ja das alles gleich aussieht. Überlegt euch mal selber, wie ist euer Content gewichtet? Definiert euch ein Thema. Machen wir 100% nur Babyfotos. Ich komme gerade aus einem Workshop gestern mit Portraitfotografen. Darum ist das ein Thema gewesen, wir gestern definiert. Einige haben gesagt, ich mache hochwertige Babyfotos. Aber mache ich 80% Babyfotos und 20% schwangere Frauen. Oder mache ich 70% Babyfotos und 50% ihre Geschwisterti. Wie sieht das Buch aus? Was heisst das? Mache ich 100% zu morgen und 20% sagen mein Schätzchen, dass es zu morgen ist? Weil dann gibt es eine einfache Strategie. Dann weiss ich, wenn es 100% sind und ich habe 10 Posts im Monat, dann habe ich 8 Posts, die ich zu morgen zeige und 2 Posts, die ich zu morgen zeige Also weiss ich genau, wie ich mein Content planen kann, weil ich mein Content im Kopf habe für die nächsten 1-2 Monate. Übrigens, arbeitet jemand mit einem Redaktionsplan bei einer Firma? Eine grosse Firma? Schon? Gut, dann macht es Sinn. Wenn ihr eine KMU seid, oder eine kleinere Firma, empfehle ich nicht mit einem Redaktionsplan zu arbeiten, sondern mit Ordnern, wo ihr Content für einen Monat definiert und eine verantwortliche Person definiert. Das ist das Wichtigste. Sagen, du machst Instagram, du machst LinkedIn, du machst TikTok. So. Und nicht jeder soll ein wenig alles machen, wenn er Zeit hat. Horror. Wie ich vorher schon gesagt habe, Workflow kills everything. Tönt das ganz klar machen. Und so könnt ihr auch planen und sagen, schau, sonst so viel Content brauche ich. Dann macht ihr einen Cluster und dann sagst du so, dein Job, alle drei Tage posten. Dann machst du eine Story, das ist der Content, off you go. Und dann sollt ihr das selber machen. Das ist die Zeitverschwendung. Wenn ihr eine grosse Firma seid und viele Channels macht, dann macht ihr das von mir aus. Of course. Und dann müsst ihr auch von mir aus wahrscheinlich Google Docs haben, oder Content, oder etwas, wo alle nachher nicht mehr rumfummeln können, oder? Nein, das tut das, was andere von da sind. Eben. Wie du in dem Post bist, ist das chronologisch, ist das ein Punkt. Bitte, bitte, kommt nicht mit einer Strategie, was sagt so, drei Bildchen gehören immer zusammen. Bitte macht ihr das nicht mehr. Schaut jeden Post für sich einzig an. Nein, ihr lacht jetzt. Aber das machen wirklich mega viele, sind davon überzeugt, dass die drei Bilder in einem Feed immer zusammen spielen müssen. Das erinnert sich niemand daran. Leibacher-Biber für mich ein wahnsinnig gutes Beispiel. Das hier, das funktioniert heute nicht mehr. Könnt ihr machen, aber es interessiert niemanden. Warum? Wenn niemand für euch ein Profil geht. Die Leute sehen das, sehen das. Wenn ihr 100 Likes habt, gebt vielleicht 10 auf das Profil und vielleicht 4 klicken auf die Webseite. Das ist wirklich für die Füchse, das nützt niemandem. Das war mal ein Hip für etwa 7-8 Jahre. So. Was ich will sagen, Leibacher-Biber hat eine ganz einfache Strategie, und zwar eine coole, drei Content-Themen. Das Resultat, das Making-of, Leute hinter. Ende der Diskussion. Was habe ich da? Da habe ich wahrscheinlich 60% Produkt, 30% Making-of, 10% Züge. So. Und die 10% dieser Leute sind in schwarz-weiss, als harten Kontrast zum ganz warmen, foodigen Essen. Und das funktioniert fantastisch. Wenn ihr irgendein Heftchen, irgendein Mode-Heftchen, sagen wir die Vogue. Wisst ihr vielleicht die Vogue? In der Vogue hat es farbige Editorials, schwarz-weiss Bilder, es hat Illustrationen, es hat die ganze Menge. Und warum hat es das dann? Es macht eine Marke viel grösser mit unterschiedlichen Kreationsexekutionen. Und das macht diese Marke einfach grösser. Aber es ist eine hohe Kunst. Emily Jeffords ist eine Malerin, hat aber wahnsinnig viel Zeit zum Malen, weil sie drei Kinder hat natürlich. Und die hat das, die hat gemalt und die tut ihre Kinder wahnsinnig elegant in das integrieren. Da sagen ja viele, oh nein, zeig doch meine Kinder nicht, oder? Und sie hat das fantastisch gemacht, dass sie ihr Business ausgebaut hat, weil sie einfach die ganze Post. Sie zeigt den Prozess vom Malen, sie zeigt mit ihren Kindern. Es ist wirklich fantastisch. Ich meine, das muss man wollen. Das muss man wirklich wollen. Aber die hat ein Geschäft, das sie macht. Die hat gecheckt, dass wenn sie nahbar erst eine Community aufbauen, dass die Community ihre Bilder bestellt. Ich meine, die verkauft wirklich ihre Bilder über Instagram. Community, wo ist eure Community? Es ist ganz einfach, wenn ihr in den Ausgang geht. Wenn ihr Hip-Hop hört, dann geht ihr nicht in den Techno-Club. Und dort sind wahrscheinlich auch nicht eure Leute. Wenn ihr Jazz hört, dann geht ihr wahrscheinlich nicht ins Kaufleute. Weil das sind einfach nicht eure Jazzleute. Es ist genau das gleiche wie Instagram. Wo sucht ihr eure Leute, eure Community? Wo findet ihr, wo geht ihr zu allererst nach Follower suchen? Wo ist eure Zielgruppe? Bei wem gehst du Follower suchen? Bei jemandem? Bei einer Person? Oder bei ein paar Personen? Nehmen wir euch nur die Konkurrenten? Ja, ihr könnt euch schauen, wer folgt denen. Was sind das für Leute? Welche Kommentare nehmen wir? Welche Kommentare nehmen wir? Welche Kommentare nehmen wir? Und zwar immer. Dann wisst ihr, die sind aktiv. Dann wisst ihr, die gehen wir targeten. Dann gehen wir auch folgen. Dann sage ich, hey Schätze, alles klar? Komm mal schauen, oder? Weisst du meine Meinung? Ja, so ist es ja. Oder? Wenn ich eine Hip-Hop-Party mache, gehe ich auch in einen anderen Hip-Hop-Club und die Leute sagen, hey, bei uns ist es auch guter Sound. Dann gehe ich nicht in einen Techno-Club. Dann ist es eh zu laut und die Leute hören nicht zu. Übrigens, meine liebste Analogie für Instagram-Strategie ist immer noch die vom DJ. Wenn ihr als DJ gebucht habt, vier Stunden, und du musst zusammenstellen, dein Job ist jetzt die Leute zu unterhalten. Die Leute wollen rauskommen, wollen Spass haben. Das heisst, du tust dir dein DJ-Set vier Stunden lang perfekt durchspielen. Das machen nicht alle so, aber viele machen es so. Und dann machst du alles durchdeklinieren und die Leute tanzen. Und irgendwann merkst du, dass die Leute tanzen, wenn du spielst, was sie wollen. Und irgendwann merkst du ja, was für Postes funktionieren. Du kannst aber nicht einfach nur immer die Post machen, weil sonst wird es langweilig. Darum gibt es unsere lieben Influencer-Freunde, die nur Bikini-Bilder posten. Oder die nur, ja, die nur Six-Pack posten. Weil natürlich hat es immer viele Likes. Ja, das ist ja normal. Aber wenn du wissen willst, ob du eine loyale Community bist, wenn du ein DJ bist, dann spielst du mal einen Song, die nur du geil findest. Wo dir das so egal ist, ob die Leute tanzen. Und was passiert? 50, 60, 70% gehen weg von der Tanzfläche. Und der Party-Promoter kommt den Herzbaracken rüber, weil die Leute keinen Spass hat. Du denkst, oh, jetzt kassiere ich weniger. Aber du weisst genau, die 30%, die jetzt tanzen, das sind meine Leute. Und um das geht es manchmal auch. Wir müssen das herausfinden, was funktioniert, was sind meine Leute, was ist für mich, was ist für die anderen. Was funktioniert wegen Instagram? Was ist meine Handschrift? So ein wenig in dem Bewusstsein. Oh, ich glaube, ich habe das Video vergessen. Sorry. Sie haben nämlich ein sehr lustiges Video zu dem. Die Bradface-Blog, gebt der Fragenfolge bitte. Die macht nämlich nichts anderes, als das Gesicht im Brot drücken. Wirklich. Und zwar immer zu ziemlich schummeriger Musik. In so einem Licht. Und die macht nichts anderes. Also, eins ist Toast, eins ist Zöpfen. Und das ist natürlich in Japan. Nur so, es passiert nur dort. Und die macht das einfach, weil sie gerne den Geruch von Brot hat. Und sie hat sich so etwas hineingesteigert, dass sie zu einer Pop-Pop-Icon geworden ist. Und vor drei Jahren hat die New York Times Magazine angelegt, das gibt das Team-Magazine von New York Times. Und hat ein Weihnachtsfeature gemacht, hat gefragt, ob sie das Gesicht in all die amerikanischen Jelly-Desserts oder Weihnachten rein drücken. Und das ging um die Welt. Und mittlerweile hat sie einen Werbevertrag mit Maybelline über eine halbe Million abgeschlossen. Weil jedes Video ist perfekt gestyled. Die Farbe, die Nägel sind perfekt immer gemacht. Es stimmt, sie ist perfekt rausgestyled. Sie schminkt und sie zeigt nie das Gesicht. Sie zeigt immer nur bis hier. Sie ist einfach ehrlich zu sich gewesen. Sie hat sie einfach durchgezogen. Ja, das ist jetzt ein Extremfall. Aber ja, wir haben gerade die Oscar-Verleihung vor ein paar Jahren, hat Meryl Streep auch einen Oscar gewonnen. Und haben sich zwei Grafiken-News erlaubt und haben einfach Meryl Streep mit Food kombiniert. Und die haben etwa 50 Layouts gemacht und die posten seit zehn Jahren einfach irgendwie die 50 Layouts immer wieder. Aber es ist immer noch lustig. Und das ist natürlich ein Force of July, oder? Also, ja. Und was ich möchte sagen, ist, die haben das gemacht im Bewusstsein. Die haben genau gewusst, was sie macht. Die haben genau gewusst, am Tage nach den Oscars, wenn sie gewinnen, wollen das alle sehen. Das wird wie ein Laufheuer verbreitet. Also, die zwei grössten Communities auf Instagram sind Food und Celebrities. Ende der Diskussion. Nichts wird mehr gefolgt. Nichts wird mehr gepostet. Und die haben das gecheckt. Mittlerweile haben sie das Imperium von billigem Partygeschirr. Und Meryl Streep findet es natürlich geil. Hashtags nur ganz kurz. Kleiner Crashkurs. Die meisten Leute verstehen Hashtags wirklich nicht. Es geht nicht darum, einfach was finde ich heute gerade lässig. Und was schreibe ich gerne? Hashtags I love my job. Hashtags the sun is out. Hashtags schön oder cooles Produkt oder so. Um das geht es nicht. Es gibt nur zwei Arten von Hashtags. Es ist searchable und submittable. Eins zum gefunden werden und eins zum sich in der Community anzuhängen. Ende der Diskussion. Wichtig ist dabei, und wie gesagt, das ist eigentlich ein Workshop von vier Stunden. Wichtig ist einfach, dass ihr nicht zu viele verschiedene Hashtags Themen nehmt. Nehmt eins, maximal zwei. Das ist ein gutes Beispiel. Da hat es so viele Themen. Du könntest Reisen machen, Fashion, Celebrity, Film, Karate, Portofotografie. Was ist Reisen, Städtereisen, Hochzeitsantrag, Hochzeitsreisen? Ist es Brüllen, ist es Schuhe? Oder? Aber wenn du alles probierst abzudecken, dann weiss Instagram nicht, wie sie dich einordnen soll. Und das ist wichtig. Übrigens, ein kleiner Tipp, wer es nicht weiss, Instagram links unten hat so eine Lupe. Search, das kennt ihr alle, oder? Gehnt ihr dir etwa diese drauf. Also, etwa die sehnt ihr Sachen, die überhaupt nicht zu euch passen, die ihr nicht cool findet. Geht ihr dann aber drauf, auf die drei Pünktchen und sagen, das interessiert mich nicht. Gut, du bist ein Profi, du weisst das. Aber das ist wichtig. Tönt den Algorithmus ein bisschen erziehen. Sagt ihm, was er nicht gut findet. Und tönt jemanden nach Sachen suchen im Search, was er gut findet. Weil, es ist immer so, ich muss jemandem sein Telefon nehmen und ich gehe auf die Lupe. Und das, was er anzeigt, kann ich sofort sagen, nach was du am meisten suchst. Das ist wirklich noch cool. Kleines Beispiel, zwei verschiedene Hashtags. Paris. Searchable, nach was suchen die Leute. Ich habe ein Foto in Paris gemacht. Hashtag Paris. Ziemlich offensichtlich, oder? Wahrscheinlich Leute, die in Paris sind, gesehen das, oder? 93 Millionen Plus. Ich sage, unter 100 geht gerade noch. Lassen die Finger von denen, die 2, 3, 4, 500 Millionen haben. Ich möchte nicht so gar nichts mehr. Tönt immer ganz gross mit ganz klein kombinieren. Man darf 30 brauchen. Machen 10 bis 15 Max. Bleiben einem Thema treu. Würde ich sicher machen. Tönt bitte nicht Profile auf Posts taggen. Das heisst, wenn ihr einen Post macht, einen Beitrag, einen Beitrag im Feed-in. Tönt nicht wildfremde Menschen oder grosse Profile auf dem Bild taggen, mit der Hoffnung, dass ihr euch repostet. Die meisten hassen das. Und werden euch sofort entfolgen. Machen Sie es nicht, wirklich. Ich habe es auch gar nicht gerne. Ich mache mittlerweile sogar Leute blocken, die kein Profilfoto haben. Weil es mich einfach so nervt. So, anyway. Paris ist offensichtlich, wenn ich keine Ahnung von Hashtags habe. Also, ich gehe in die Searchmaske und schaue, was gibt es alles für Hashtags Paris. Eine halbe Million, eine halbe Million, 300'000 Paris Fashion Week. Interessiert mich jetzt nicht. 300'000, 300'000 und plötzlich ist da etwas mit 3 Millionen. Dann denke ich so, hm, wieso hat das 3 Millionen? Und dann gehe ich suchen und merke plötzlich, dass das das offizielle Profil ist vom Pariser fremden Verkehrssamt. Das heisst, wie vorhin, Shot on iPhone, Like on Switzerland, wenn ich das brauche, Paris je t'aime, das Foto ist gut, wenn ich das reposte. Ich bin jetzt gerade in Paris gewesen, die letzten 3 Tage, ist passiert. Mega cool, wenn du ein gutes Foto machst. Es wird sehr gut kuratiert. Es geht darum, die zu finden, die euch reposten. Egal welches Thema ihr habt, wie ihr euch vervielfältigt. Und wenn ihr das einmal gecheckt habt, dann wisst ihr es. Bei den Reisen ist es sehr einfach. Paris, Paris je t'aime. London, this is London. Los Angeles, La La Land, Soul Call, Kali. Bali, Bali Guru, Bali Papan, Bali Travelling, Bali Daily, Soul, Soul State of Mind, Tokyo, Tokyo Citizen. Ich bin viel gereist, darum weiss ich das. Aber wenn ihr das mal gecheckt habt, das Prinzip, was ist zum Suchen? Portrait, Portrait Photography, was? Was ist das? Schaut, was die Leute für Portrait-Hashtags machen. Hast du das unterstrichen? Ja. Gut, wir sind fast fertig. Das ist dem Christoph Kalt passiert tatsächlich. Ein Fotoeditor vom Blick ist repostet worden, vom grössten Account auf der Welt, der Instagram selber hat. 400 Millionen Follower. Und tatsächlich hat eine halbe Million Likes, in einer Nacht. Das ist echt lustig. Das wäre übrigens ein cooles Profil. Er fotografiert seine Kinder, aber immer nur von hinten. Und hat dann einfach die Türe gezogen. Am Ende des Tages müsst ihr es einfach machen. Sorry. Und wirklich, darum sage ich, zwei bis drei Posts, zwei bis drei Storys in der Woche, 30 Posts im Monat. Also ad extremis, jeden zweiten Tag posten. 180 Posts im Jahr. Da habt ihr so viel Content. Ich habe noch keine Storys gemacht. In der Woche, wenn ihr es gut macht, drei Storys, 65.000 x 5.000 sind irgendwo zwischen 6.000 und 8.000 Content Teil. Wenn ihr es richtig, richtig professionell würdet machen in einer Firma. Habt ihr das? Wer macht den Content? Sucht eine Mischung, wenn ihr wirklich einen KMUs in einer grösseren Firma habt. Ihr müsst eine Mischung finden, wo ihr den Content smart vorproduzieren, dass er immer wieder gebraucht werden kann und Content, den ihr on the go immer wieder machen könnt. Und darum sage ich, Workflow ist alles. Alles. Wenn ihr einen guten Workflow habt, wenn das smart geht, dann wird der Content nie ausgehen. Und dann wird es richtig cool. Appetit kommt beim Messen. Es ist wirklich so, ihr müsst mal so ein wenig das rein kommen. Und ihr werdet den Durchhänger haben nach einem Monat. Dann denkt ihr, wir kaufen 25% verloren. Ist doch gleich. Oder? Dann könnt ihr selber belügen. Viel Spass. Ohne weh. Genau. Seid der Stimme. Dreht auf. Seid kein Echo. Do you. Seid ein wenig Haltung durchziehen. Wirklich macht das. Das wärs. Danke euch einmal. Applaus Vielen Dank.